Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news ja also wenn wir schon in die shop news reingehen dann gehen wir mal ganz kurz noch mal in hier in die lobby und machen mal den news da new 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 warte ist noch so mega leise bitte das war jetzt nicht nicht dass wir jetzt hier was ich habe also egal nein nein nicht nur schlecht okay also mega nice eis wird auf jeden fall mit sicherheit auch noch spannend werden also erfriert ihr dann wohl ein bisschen ein was heißt goodbye friction friction heißt ja normalerweise ist ja reibung das heißt da rutschst du wahrscheinlich daraus ja und stell dir mal vor ich weiß ja wie das ist aber schon mal vor du bist darum im baubettel und irgend so ein drecksack ja baut ihr da unten drunter so eine eisplatte und du rutscht einfach weg ja gut und wenn du dich unterwenden kannst du sagen wie denn wenn du baust wenn du glück hast so waffe in der hand hast baust du gar nichts mehr so also wenn du eine waffe in der hand hast du so schnell von der waffe zu ja ich schnitt ja du nett das ist aber in ausnahme so jetzt haben wir ein kommentar das ist übrigens mein zweiter ich habe den hier noch mal was das war ein kommentar von das wird eingeblendet das wiederum gezappelt ich habe nichts zappelt jedes mal ich habe alles ist love you a wies erster hh ravages hässlich hat jeder deswegen sieben von zehn von mir an euch ihr verdient elf von zehn macht weiter fließt vielen 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 dank love you a wies wir finden den revit geil auch wenn ich ihn falsch geschrieben hatte ich habe dann gleich eben hat von dem herrn sofort eins auf die jahre gekriegt so aber auch 16 stunden so war 16 stunden falsch und so okay jetzt jetzt gucken wir uns mal den aktuellen shop an ja also drin haben was haben wir dann wir haben erst mal den fates gehen drin das ist sehr diese skin es passt gar nichts zu gar nichts außer dieser rucksack sonst der skin es sieht nach der 2 von 10 aus ich finde den eigentlich ganz nahe ich finde den gar nicht so schlecht das sieht ein bisschen aus wie so ein marbles gehen oder so wie ein marbles ja was mit marbles gehen sieht so aus ja keine ahnung und das so aussieht jetzt muss überlegen die black latex lady ist rausgekommen letztes jahr das musste mal gucken gibt es in comic form gucken wir nach black latex so die schießt die schießt mit lila rucksäcken um sich so niemals so aus wie ein marvel so jetzt gehen wir weiter ich gebe sieben von zehn ach so deutlich habe jetzt übrigens neuem aus der geburtstag happy birthday to you happy birthday to you ja die maus welcher bete nicht sagen wir wollen sie was finde ich nicht was kitzel ist sehr cool ich gebe dir ein du hast du bist sowas von geschmacklos ich finde ich habe immerhin sechs von zehn und er sieht wirklich geil aus ja aber ich gebe dem leider nur sich ja mehr gebe ich dem auch nicht dann aber da gibt es noch mal geben noch mal geben noch mal da rein und so mal die raten so einfach mal ran so ja lass mal locker ist oder jetzt gut so jetzt gut zu bösen er von vorne schon so dass mal alde das die domatik die die wird der der wird ja schwindelig ja okay alles klar ich krieg da schon irgendwie ein bild raus so also dann haben wir ja ich finde den so schlimm ich finde ihn wirklich schlimm grausam ich gebe dem ding nur zwei von zehn echt ja ich gebe dem also ein bild weil der lustige sieben von zehn ja du schleimer er ist lustig würdest du den holen ja ja ich gebe das vielleicht einfach ruhig mach ruhig er sofort gibt dem sie ich kauf dem den ist nächstes morgen muss er damit rumlaufen ich bezahle ich bezahle jetzt willst du unbedingt haben hier also musst du aber musst du aber eine woche mit dem skin rumlaufen ja eine woche ja 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 okay also er ist tatsächlich begeistert von dem so jetzt aber du musst mit dem eine woche rumlaufen nein ich habe keinen anderen genau so challenge und das nehmen wir auch ja okay das nehmen wir auf und dann läufst du hast tomato am besten wusste die pöstchen da oben noch in auf die birne setzen ich weiß dass der glaube ich sogar ziemlich beliebt ich mag ich mag den weil ich mag pizza so sieht bei ihm der pizza schneider aus der pizza karte die blicken sie nicht da also ich finde den ja ich bin ja nicht ganz so prickelnd alles ganz ganz okay ist ganz nahe ich bin nein spaß ich gebe ihm sechs von von zehn sechs von zehn ja was hast du gegeben ich gebe den sieben von zehn okay da jetzt geht's los dann haben wir den neuen im auto shop da haben wir den neuen im auto shop oh ja ja ist der neu ja das ist das passiert wenn man unsere videos nicht guckt dann weiß man etwas bereits schon in meinem shop gewesen ist sowas nicht so also das ist halt ich finde ich mag ich finde den rock ich gebe dem sieben von zehn so mal richtig ran an den all der guck mal was gut nein die nein man mal langsam mal mal langsam gib mir die maus so gut nein nein sieht schon echt nice aus nächste woche nach hause so fernsiv 477 von zehn aktiver sie in neun von zehn ja ich weiß da stehst du voll drauf und die ganze community steht voll drauf sind es nicht so toll das ding ich gibt dem 6 von 10 geil 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 neun von zehn legen morgen 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 okay ja gut also wegen dem emblem truf und so weiter und flammen style gibt stimmenden drei von zehn aber das war es ja jetzt mal ganz interessant von euch zu wissen weil ich bin ja normalerweise immer noch die die allgemeinen noten ein so von der community kommt sofort sagt wenn dann wollt ihr doch nicht wissen weil wie die leute reagieren oder wie ihr darauf sondern ihr wollt ja wissen wie wir reagieren soll ich nicht mehr mache schreibt mal rein in die kommentare soll ich oder soll ich nicht ich weiß ja dann muss ich machen weil sie sind sowieso auf meiner seite so dass die das hast jetzt falsch formuliert wollen interessiert bist du bist du ihr müsst ihr müsst nein es geht darum interessiert euch das was die es euch die solche klaus heise wenn eine klaus heiser box rauskommt kaufen dann hast du einen fan ja ja ein ein fan maxi max weil du die klaus heiser box kaufst so kaufst du dir fans genau ok also wenn euch das heute die klaus heiser box schaut bei den anderen videos vorbei jetzt kommt dein satz leute leute die klaus jedes mal erst der gleich ist jedes mal vergisst ja also tschüss